Radio SAW, morgens bei Merkels. Garantiert politisch inkorrekt. Ach Joachim, mit Frühstück bin ich durch. Kannst du das eben in die Spülmaschine räumen? Ähm, ich schaue eigentlich gerade Prospekte. Danke. Bitte? Du schaust Prospekte? Was denn? Baumarkt, Tiernahrung oder Gabenmöbel? Autoprospekte. Autoprospekte? Sag mal, weißt du, dass das gefährlich ist? Hä, wieso? Na, weil die Neuwagenpreise in den letzten Wochen explodiert sind. Was passiert dann erst mit den Autos? Kleiner Scherz. Ja, ich komm, ja. Du, ich muss da schon los. Ach, ich meine Joachim. Und leg die Heftchen der Begierde mal beiseite. Tu stattdessen was für deinen Körper. Kannst ja endlich mal wieder eine Runde um den Block gehen. Aber draußen und nicht wieder um den DIN A4-Block in meinem Arbeitszimmer. Tschaui. Ach, der Herr Lauterbach mal wieder. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen, Frau Merkel. Also, bin ich zu früh? Bitte? Zu früh? Nee, wieso? Naja, also, weil Sie also noch im Pyjama. Also, Sie sind noch gar nicht angezogen. Ich? Natürlich bin ich angezogen. Heute ist doch, geh im Schlafanzug zur Arbeit tag. Ach, also, ehrlich? Oh, was mach ich denn dann? Och, Karl, da mach dir mal keine Sorgen. Du wirkst ja immer so, als wärst du gerade erst aufgewacht, so leicht verwirrt und verpeilt. Ähm, also, also, Frau Merkel, weh, was, bitte? Schon gut. Karl. Morgens bei Merkels. Die besten Comedys für euch. Nur auf Radio SAB.